Wie hoch ist dein Body-Count? Mein letztes Date war krass. Was hast du denn gemacht bei deinem letzten Date? Achtung, jetzt kommen so viel Romantiker. Möchtet ihr ein zweites Date miteinander? So antwortet jetzt in 3, 2, 1. Ähm, ja. Erst mal ganz kurz unter uns Jungs. Das ist Manika. Sie kommt aus Frankfurt. Was ist dieser Kommentar? Alles gut, mach weiter. Ich kenn dieses Ja. Was bedeutet dieses Ja von ihm? Dass er interessiert ist, gell? Nein, nein, nein. Wenn er eine Sache sehr positiv findet, dann sagt er... Findest du Manika sehr positiv schonmal? Alles gut. Dann komm weiter. Bruder, Witze, Waller, fuck mich gar nicht. Lass er weiter machen. Bruder, guckt ihr mich so an? Wir sind wie im Zirkus oder was? Ey, Digga, was machen die Rosen hier? Hä? Ich frag mich auch die ganze Zeit, was die Rosen... Oh, steht ihr auf jeden Fall. Steht ihr auf Rosen? Nein! 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 Seit wann wusstest du das? NDA unterschrieben, Bruder. Waller, Waller. Pasha, du weißt, was das Witzigste ist? Er handelt vorhin mit der anderen Kamera. Aufhören, was Sofien sagt so... Ja, ich hätte auch mal Bock da so rein zu gehen, so... Ja, aber... Ja, aber nicht so. Ich dachte, ich weiß es. Bruder, nimm die Rosen mit. Halte, Bruder, nimm die Rosen. Lass die Sonnenbrille bitte hier. Lass die Sonnenbrille hier. Lass die Sonnenbrille hier. Die Ego braucht jetzt keiner am Set. Natürlich! Ich wollte die hochgenommen. Schenk die mit. Willkommen bei The Love Doctors. Wir verkuppeln unseren besten Freund Sofien. Du größte und reudigste Frankfurter Rübe auf dem WKM. Stressig. Hier, warte. Mach mal kurz deine Hand auf. Super Verhältnis für dich. Nein, 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 nein. Sofien, du musst es viel romantischer machen. Nimm mir doch mal die Blumen weg. Was? Von vorne, Bruder. Was machst du da? Was ist für eine Romantik? Komm mal bitte kurz. Genau deswegen diese Folge. Doch nicht. Doch nicht. Sie wird gleich ihre Augenbinde abnehmen. Gib ihr das schönste Lächeln, was du hast direkt. Ja? Guck ihr dabei in die Augen. Okay. Wir fangen an. Okay? Ja. Augenbinde bitte ab in 3, 2, 1. Viel Spaß bei dem Date. Hi. Hi. Okay, und jetzt? Soll ich jetzt Rosen geben oder was? Das ist so nett. Du kannst eigenständig denken. Ach so, ich kann es selber. Nach den charmantesten Typen aus ever. Fang ein Gespräch an. Gib dein Bestes. Unangenehm. Das geht ab. Alles fit? Ja, bei dir? Auch. Kannst du dir bitte die Rosen geben und sagen, das ist für dich? Ach so, das ist für dich. Dankeschön. Wir haben überhaupt nicht gesagt oder irgendwie gegeben. Mannika, frag ihn mal bitte, ob er immer so breitbeinig da sitzt. Ich sitze eigentlich immer so. Ich bin immer so entspannt. Ich kann auch so sitzen. Sogar ich werde nervös. Mannika, grätsch einfach dazwischen und sag, soviel bitte dreh jetzt das Rad. Ey, soviel bitte dreh einfach das Rad. Okay. Horror. Ruf die fünftletzte Nummer an deinem Handy an und frag, warum du ein Win bist. Mannika, geh ruhig zu ihm und kontrolliert an sein Handy, ob er das ist. Fünfte Person, was ihr in der Wahrheit sagt. Drei, vier, fünf. Okay. Willkommen bei O2. Sag mal dem Kollegen neben dir, der soll Flugmodus ausmachen. Das ist Avi, ich schwöre. Nächste Person. Was geht ab? Ich bin zu Hause bei dir. Warum bin ich ein Win? Weil du ein Bastard bist. Bitte sie höflich und charmant voll das Rad zu drehen, wie ein Gentleman. Aber wie soll Habibi sagen? Habibi. Das wäre super, wenn du jetzt auch das Rad drehen könntest. Wenn du es möchtest, Habibi. Okay, jetzt ist kein Horst. Stress. Nein! Können wir das kurz rausschneiden? Kann ich nochmal? Geht das? Also, kann ich nochmal? Ihr Lieben, ihr dürft entscheiden, was für eine Art Kuss das ist. So herum, oder was? So herum. Nenn es zu sein. Hast du dir jetzt ein Handkuss gegeben? Nein, nein, nein. Nenn es zu sein. Nenn es zu sein. Noch nichts. Er sagt noch nichts. Ich gebe dir einen Kuss auf die Wange. Er sagt noch nichts. Versuch. Super. Oh, wow! Schayas, es ist nicht so, wie es aussieht. Ohne Brot werden. Hast du Fragen an mich? Bock nicht, ne? Keine Fragen. Ich weiß nicht, du solltest mehr mein Interesse wecken, dass ich mir Fragen stelle. Ehrlich? Glaub ich, ja. Aber du kannst mir ungefähr, ich kann nicht immer was Normales fragen. Oder du sollst romantisch sein. Ich kann nicht eine normale Frage stellen, dass wir einfach immer einen guten Einstieg haben. Mal so ohne irgendein Problem und so. Das ist auch eine Frage, die tiefgründig ist. Also es entscheidet oftmals über Charaktereigenschaften. Wie hoch ist dein Bodycount? Du findest, dass Bodycount über Charaktereigenschaften viel aussagt. Ich sehe das neutral. Es ist nicht negativ, wenn du wohnst. Okay, wenn es neutral ist, warum interessiert es dich dann? Einfach so? Also entscheidet das für dich, ob eine Frau den Wert genug für dich hat? Du musst dir keine Sorgen machen. Wir können uns danach auch noch daten. Warum bist du dir so sicher, dass du mich für ein zweites Date kriegst? Warum bist du dir überhaupt so sicher, dass du mich für ein zweites Date kriegst? Weil ich Sufjan heiße. Du musst mich doch überzeugen. Weil ich Sufjan bin. Weil ich Sufjan bin und ich bin sehr selbstbewusst. Und ich krieg das safe hin. Willst du denn wirklich ein zweites Date mit mir jetzt schon? Willst du denn überhaupt ein zweites Date? Ich mein, grad ist diese jetzt schon so, diese Chemie ist grad nicht so. Gegensätze ziehen sich an. Stimmt auch. Was ich meine? Wo sind wir denn gegensätzlich? Aber wo sind wir denn gegensätzlich? Du hast doch vorhin gesagt, sie sieht sogar aus wie eine Marokkanerin. Das ist was anderes. Ich mein eher so unsere Art. Mein letztes Date war krass. Was hast du denn gemacht bei deinem letzten Date? Achtung, jetzt kommen so viel Romantiker. Gepacht. Was soll es sein? Ich weiß nicht, was Pachen ist. Nein. Okay, kein Problem. Es ist Tockern. Was ist das? Tockern? Was ist das? Erklär mir. Mäßig. Das Vorprogramm vom Tockern. Ah, okay. Wann ist das aber kein Date? Das ist kein Date. Das ist einfach ein dicke Point mit gewesen. Okay. Was findest du? Ein Date muss gerohrt werden. Ob bei einem Date smash werden soll? Ey, hol mal bitte Sophie an die rein. Time out. Ey, findest du beim ersten Date sollte gerohrt werden? Bruder. Bruder, was ist los? Ich hab's doch selber gesagt. Lass dich mal hin. Bruder, jetzt geht's dir gut. Bro. Bruder Herz, hier dicke, dicke X. Digga, die sagt selber so Sätze. Ja, Bruder Herz, guck mal. Der smash, getockert hat. Ach so, ich. Ich bin immer schuld. Nein, Bruder. Alles gut, ich nehm die ganze Last auf mich. Nein, nein. Bruder, das ist unvorstellbar. Können wir mal reden? Können wir mal reden? Können wir mal reden? Krass, ich kann mir atmen. Hallo, hat Martin jetzt keinen besten Freund geschenkt? Nein. Bruder, was machst du? Ich weiß nicht, die fackt mich ab. Digga, ich hab dir gesagt. Die fackt mich ab. Aber du, weißt du was das Problem ist? Du hast es dazu erst gebracht? Nein. Doch. Bruder, du bist ja mit einer. Die provoziert jetzt. Ich komme wieder auf. Die provoziert sich. Ich kann das nicht. Aber geil, ist doch gut. Es ist schön, dass sie dich provoziert, weil ich weiß ja, wir wissen beide, du magst Frauen, die bisschen provozieren und polarisierend wirken auf dich. Aber Bruder Herz, wir haben dir gesagt, zeig dich von der besten Seite. Wie hast du allein schon diese Rosen gegeben? Was war das Schlimmste so? Hä? Was war das Schlimmste? Das Schlimmste? Also findest du bei der ersten Seite gerottet? Du sitzt so voll hier da. Du sitzt so voll hier da, die ganze Zeit so. Ey, Gutschra, siehst du super aus, ey? Du siehst richtig gut aus. Mein Gott. Aber Bruder, weißt du was das hässliche? Bruder, bitte. Bruder, so, guck mal, du kennst diesen Menschen nicht. Und du zeigst dich von der arrogantesten Seite, die du hast. Ach so, die zeig ich oft komplett normale Seite. Ich hasse es. Immer so, sie ist schuld. Was ist das, Digga? Guck mal, wie die sich benimmt. Das ist doch eine Reaktion auf deine Reaktion, Bruder. Bruder, du kommst ja auch rein mit den dicksten Eiern. Sufjan, lauf mal da rein. Lauf einfach mal random rein, nimm doch mal die Rosen. Sag, wir fangen jetzt von neu an. Und wir machen es so, wir machen es so, du zeigst dich für dein Ego von der besten Seite. Um den zukünftigen Frauen zu beweisen, was du kannst. Mach. Aber auf charmant, Bruderherr. Sufjan, du bist ein ganz neuer Mensch jetzt. Wir fangen von neu an. Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich zeig dir jetzt meine charmante Seite. Ja. Ich werde dir jetzt meine charmante Seite zeigen, die ich habe. Manika, bin ich eigentlich dein Typ? Bin ich eigentlich dein Typ? Nein. Aber ist okay. Charakter ist eh wichtiger. Ja, findest du? Ich glaub schon an diesen Satz, wenn man irgendjemand sagt, Oh, oh, genau sein Thema. Welchen Charakter kann jemand so schöner werden als das Auge? Doch, ich hab's schon miterlebt. Echt? Ja. Krass, du warst mal verliebt wahrscheinlich, ne? Ja, doch. Das war tatsächlich eine Person, die überhaupt gar nicht mein Typ war. Uh. Null. Wie ist es so, wenn man verliebt ist? Erzähl mal, ich war ja noch nicht verliebt. Wenn du verliebt bist, das ist nicht, dass du abhängig von der Person bist. Mhm. Sondern du hast so eine Person und es ist wie dein Zuhause, weißt du? Du bist gerne bei der Person. Du teilst gerne deine Sachen, deine Erinnerungen mit dieser Person. Das ist wie, als ob du so, du willst dein Leben mit dieser Person teilen. Diese Person ist eigentlich wie deine Familie. Krass, du hast grad voll schön beschrieben. Aber das ist natürlich jetzt, äh... Ich find's auch mal schön, weil ich hör immer nur Negatives leider auch über Beziehung, Liebe und so. Es gibt auch viele negative Seiten. Das Problem ist, die Leute erzählen ja immer nur, wenn's nicht läuft. Natürlich, das ist ja die Sache. Warst du in letzter Zeit mal fast verliebt? Warst du mal fast verliebt, so in letzter Zeit? In letzter Zeit? In letzter Zeit wirklich gar nicht. Was sagt die zu Sufiens Haltung, die aber auch die Haltung von vielen weiteren Menschen ist, vor allem aus unserer Generation? Ja, Aussehen zieht an, Charakter hält fest, aber... Ich hab selber die Erfahrung gemacht, dass wenn du jemanden kennenlernst, den du lieben gelernt hast sogar auf eine Art und Weise, dass da das Aussehen irgendwann überhaupt keine Rolle mehr spielt. Wenn du wirklich liebst, dann juckt dich das Aussehen gar nicht mehr. Was sagt ihr dazu? Ich bin sehr gespannt. Schreibt's in die Kommentare. Manika, kann ich dir ein Kompliment machen? Kann ich dir ein Kompliment machen? Ja. Du hast einen sehr reizenden Charakter, muss ich sagen. Oh, das ist Cap. Das war lieber Cap. Nein, wirklich, du hast einen reizenden Charakter. Kannst du ihm gerne ein Kompliment auf ehrlich Basis zurück machen? Ich muss sagen, das gefällt mir jetzt auch viel besser. So wie es jetzt ist. Ich bin entspannter jetzt. Dieses Training. Top. Geschafft ist es bei denen bis hin. Ja, haben wir. Aber du wärst auch wahrscheinlich nervös an meiner Stelle, wenn du dich sehen würdest. Schwitzt er gerade? Oh, das ist ja süß. Hä? Ich schwöre? Plus eins. Leute, wir haben nicht gesagt, die sollen flirten. Die flirten gerade von alleine. Weißt du was? Ich hasse. Was? Also wenn es für mich vorbei ist, da kann man schön sein, wie man will. Wenn Menschen meinen Humor nicht verstehen. Also nur zu einem Prozent nicht. Ab dem Moment, wo jemand sagt ... Er soll dir den Humor erklären. Erklär mir mal diesen Humor. Wieso sollten das denn Leute nicht verstehen, deinen Humor? Ja, weil der schon sehr direkt unangenehm manchmal ist. Wie unangenehm? Ja, keine Ahnung. Ich ... Bist du so einer, der dann so Asiatenwitze machen würde? Wird sick. Da bin ich komplett anti. Hä, bin ich die Einzige, die das gerade so kribbeln spürt? Weißt du, was das Kranke ist? Das war erst mal schrecklich. Oh, das war schrecklich. Und es hat sich so gut entwickelt. Guck mal, er schaut sie die ganze Zeit nur an. Beschenkst du gerne Leute? Ich bin nicht so krass im Geschenke machen. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich kümmere mich gerne um andere. Ich mag das gerne so. Also, wenn jetzt mal hier, ich weiß nicht, Umzug steht voran, so für meine Freundin, dann bin ich gerne dabei und plane alles und so. Und guck, dass alles läuft. Kannst du meine Wohnung einrichten? Schau meine Wohnung aus. Ey, voll gerne, gib mir Kreditkarte, ich mach. Sophia, dann frag sie mal, ob sie Lust hätte, mit dir beim nächsten Deck eine Bank auszurauben, wenn ihr die Möglichkeit dazu hättet. Okay, würdest du, bevor wir jetzt darauf eingehen, würdest du mit mir eine Bank ausrauben gehen? Guck mal, das Ding ist, an sich hätte ich nichts dagegen, aber ich glaub nicht, dass du diesen Plan hättest, dass man das komplett durchführen kann, weißt du? Du würdest bestimmt irgendeinen Fehler machen in diesem Plan und dann ... Was für ein Fehler denn? Ich weiß nicht, irgendein Dummheitsfehler. Soll ich reinlaufen und sage, hallo, ich möchte die Bank ausräumen? Steh auf, sag Manika, wir müssen das üben. Wenn ich jetzt eine Bank ausräumen würde mit dir, gell, und du hast dich verletzt, ich müsste dich Huckepack nehmen und Gasche aus dem Studio rausrennen. Komm, wir müssen das jetzt üben. Wenn wir jetzt eine Bank ausräumen. Muss ich jetzt aufstehen? Das solltest du. Ihr Lieben, ein kleines Spiel. Wenn ich ein Kommando gebe, Manika ist verletzt, wenn ich ein Kommando gebe, tut ihr so, als würdet ihr gerade dabei sein, eine Bank auszuräumen. Raubt mal eine Bank aus, Leute. Macht mal irgendwas. Wie raubt ihr eine Bank aus? Wo sind die Geldscheine? Wo sind die Geldscheine? Wer hat Deckung? Wer macht die Deckung? Wer macht die Deckung? Und wer raubt aus? Kannst du schießen? Ich hab schon mal geschossen. 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 Ja, ich hab schon mal geschossen. Wenn das zählt. Okay, die Polizei stimmt. Fass rein. Wer macht Deckung? Und wer raubt aus? Teilt euch die Aufgaben aus. Ich denke ehrlich, ich will dich so schubsen, und ich will einfach rennen. Du gehst dich um, nimmst die Kohle. Du hast auch schon die Kohle in der Hand. Ach so, ich hab das Geld. Nimmst du das Geld. So, dann passt das doch. Nein, nein, nein. Ihr checkt es nicht. Wir sind gerade mitten im Szenario, ihr Lieben. Wir sind gerade mitten im Szenario. Dahinter euch ist der Tresor. Jemand raubt jetzt gerade die Karten aus. Genau. Und der andere achtet auf die Tür. Wer macht das? Ich. Wie verteidigt die Aufgaben? Ich sag ehrlich, Verteidigung schon du. Was soll ich denn machen? Das Ding ist Überblick Organisation ganz schwer. Ich bin Organisation. Ich nimm das Geld. Soviel du bewachst die Tür. Soviel, wo ist deine Waffe? Wo ist deine Waffe? Das war die Knarre. Deine Knarre ist die Hand, oder? Wir können ja auch ausrauben, ohne dass man sieht, dass wir jetzt gerade ausrauben. Weil so. Die zwei sind absolut Katastrophe, Waller. Manika, du musst weiterhin. Ihr zwei Waller, ihr bringt schon Manika Raub aus. Und Soviel, hör auf, Manika, hinterher zu gucken. Bewach die Tür. Mit einer Haltung. Wo ist die Tür, Lan? Wo ist die scheiße Tür? Es gibt hier keine Tür. Ich versuche, die ganze Zeit eine Tür zu finden. Ja, die ist genau hinter der Kamera. Hinter der Kamera. Und jetzt bitte Waffenstellung. Soviel, Waffenstellung. Ja, genau. Super, genau. Manika, du stolperst jetzt. Du stolperst. Ah, dein Fuß. Ah, ah. Soviel, wenn die Polizei kommt. Nimm Manika schnell. Nimm dir die Hand und renn weg. Renn weg. Manika, schrei um Hilfe. Du musst nicht mehr nehmen. Soviel, die ist doch verletzt. Sie ist doch verletzt. Ich gebe dir jetzt rein. Ach so. Das ist gechillt. Hallo. 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 Das war tausendmal besser, als wie du am Anfang warst. Hallo. Ich freue mich sehr, Manika. Tut mir leid, im Namen. Aber Spaß. Bruder, hast du super gemacht. Servus, Armin. Servus, Armin. Servus, Armin. Servus, Armin. Wie geht's dir, John? Wie geht's dir gut? Wie geht's dir, Manika? Du hast eine sehr interessante Persönlichkeit kennengelernt. Findest du nicht? Ja, doch. Ja, schon. Servus, Armin. Hast du gut performt? Bist du der Meinung? Du hast deine beste Seite gezeigt, alles? Beste? Nicht. Aber ich war ja auch, also, ich war mental noch nicht so drauf. Was ja gemerkt am Anfang, ich dachte mir so, was soll der Scheiß? Ja, du hast ein bisschen Rosin geworfen vor ihm. Oder Augenbilder. Ja, das kann ich nicht. Das mache ich nicht. Alles gut. Wir werden jetzt sehen, wir werden gleich erfahren, ob das Ganze noch weitergeht zwischen euch, ihr Lieben. Ich stelle euch jetzt diese eine Frage und ihr müsst sie bitte gleichzeitig auf drei beantworten mit Ja oder mit Nein, okay? Möchtet ihr ein zweites Date miteinander? So antwortet jetzt in drei, zwei, eins. Ja. Nein. Warum ja? Hä? Warum ja? Hä? Ich wollte nicht so Dings, so. Ich dachte mir, warum nicht? Okay, warum nein? Also an sich, ich fände ihn richtig lustig als Kollegen, aber… Als Bre? Genau. Ja. Ja. Schade. Okay. So, ja. Super. Hatte ihr wenigstens Spaß oder mehr? Doch, doch. Vorwitzig, ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ein großes Dankeschön an den und allen. Manika. Ich hoffe, Spaß an so viel. Und Manika und Armin fürs Mitmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Love Doctors. Dankeschön. Hallo. Nicht erschrecken. Ich bin saukrank. Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei dem Video. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnier meinen Kanal. Checkt die letzte Love Doctors Folge ab. Und checkt auch das Video von Hype Culture ab. Da geht's um die Frage, warum Techwear eigentlich so gefragt ist.